Ich bin der Grabredner. Und auch dein anstehender Angstgegner. Du hast Spongebobos gehört. Time-Ethic auch. Hast dein BBM-Merch beim Vertreffen gekauft. Was willst du tun mit deiner Crew? Irgendwann schließt du dir mit Paju. Ein großes gelbes Spongebobos-Fantattoo. Meine Fresse ist das peinlich. Und zum Schluss noch ein Wörtchen. Du bist süß, nenn ich Raptor-Törtchen. Ich glaube, wir haben ein Ultra-Mensch gesehen. Das ist geschafft.